Sie wollen SAP SuccessFactors Lösungen einführen und so Ihrer HRIT eine neue Heimat geben? Gute Idee! Das HR-System aus der Cloud hat viele Vorteile. Sie haben alle Funktionen an einer Stelle. Verwaltung, Talent-Management, Personalplanung, Analysen und vieles mehr. Es ist wie beim Hausbau. Die Lizenzen bilden das Fundament. Aber wie bauen Sie das System nun so aus, dass Sie darin arbeiten können? Gehen Sie den schnellen Weg mit QuickStart. Damit können Sie SAP SuccessFactors in nur vier Wochen implementieren und die Lösung dann sofort nutzen und ausprobieren. Zum Fixpreis und inklusive Schulungen. Der Trick sind vorkonfigurierte, tausendfach bewährte Standardprozesse. Schauen wir mal rein. QuickStart unterstützt die komplette Suite. Sie können beliebige Einzelmodule einführen oder alle zugleich. Je nachdem, welche Sie brauchen. Employee Central, Recruiting, Onboarding, Learning, Performance and Goals, Compensation und Succession Development. Alle Prozesse sind verknüpft und Sie können alle Daten analysieren. Jetzt haben Sie Standardprozesse eingeführt und Ihrer HR ein neues Zuhause gegeben. Ressourcensparend und zu einem vernünftigen Preis. Cool, okay, aber es geht noch viel besser. In einem Folgeprojekt können Sie Ihre Digital HR nun ganz einfach auf Ihre Prozesse zuschneiden. In allen Details. Boom! Fehlt nur noch der richtige Partner. Das sind wir von TTS. Machen Sie doch gleich jetzt den ersten Schritt.